Sprich Wollen wir mal gucken Oh, Anor Londo, ja Ich will nicht Ich bin echt scheiße Equipment Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich Wie das Warum bin ich hier? Achso, ich habe euch ja meinen Main-Charakter gezeigt Ja, das ist mein Main-Charakter Der hat ganz, ganz viele Rüstungen Schwarzritter wäre natürlich auch ganz cool Hier So kann man auch aussehen, auch nicht schlecht Ich habe nicht so viele Rüstungen Maske der Mutter Ich weiß gar nicht, woher ich den Scheiß habe Maske des Brösslings Ach, was weiß ich, das sieht alles grausam aus Rüstungen habe ich nicht viel Höhenkrieger, Robe der Maid Handschuhe der Maid Rock der Maid Und habe ich noch irgendwas anderes Können wir hier auch rumlaufen wie so eine Maid Naja, bis später Ähm Ja, eigentlich ganz Alles ganz lustig Äh Robuste Lederrüstung Ansonsten habe ich echt nicht viel Warum habe ich das alles verkauft? Naja So, da muss ich doch Aufs Spiel laden gehen Ähm Privatspielstand Walnarine Ähm Der dritte Der dritte Äh Der dritte Dunkle Ritter Hat mir Dingsbums gegeben Hat mir eine Ähm Schwarzritter Hellebade Gemissen Menschlich Weil ich gerade den Eisenrolem fertig gemacht habe Wir sind hier relativ neu reingekommen Das bedeutet Ähm Krude Hellebade Ich weiß nicht, ob das so gut war Ähm Die habe ich umge Die habe ich auf 5 umgewandelt In Dunkle Damit die mehr Schaden hat Hier Krude Hellebade Bei der Sense bin ich mir auch noch nicht ganz sicher Ähm Schwarzritter Schild plus 4 Ferris Bogen plus 6 Der Rest plus 3 Ähm Habe ich ein bisschen gefarmt Und das bedeutet Ja Müssen wir mal gucken Ähm Warum ist das Spiel so leise? Ich habe so das Gefühl Das Spiel ist aktuell Sehr leise Um daher mal gucken Ah ne Das bedeutet Ich muss das hier machen Äh Optionen Ja das hört man hoffentlich Hört man das einigermaßen gut Habe ich Den Oha Warte mal Ich will mal was gucken Oh du Ratte Oh Ich wollte eigentlich einen Tailcut machen Aber mit der Hellebade kommst du Das kannst du echt vergessen Warum bin ich denn so schlecht? Ich habe mit dem ersten Nun habe ich mir so viel versaut Und toll Das hat Nix gebracht Oh du Mein scheiß Schwanz Ey Oh ich würde so gerne einen Tailcut machen Wenn du es nämlich schaffst einen Tailcut zu machen Jawohl Gagalax Aha Ist immer ganz cool hier in Dark Souls Zumindest wenn du drachenähnlichen Kreaturen Den Schwanz abschneidest Dann ist Feuer Dann ist Feuer frei Ähm Wir müssen jetzt Da auch rein Hier rüber Und das Ding runterhauen Ansonsten kommen wir nicht weiter Außer halt in den Tod Ja Das bedeutet für uns Wir müssen hier nach links Ich will aber mal gucken Ob es nach Ob es Ne hier Rechts müssen wir lang Ich will aber mal gucken Ob es hier links auch noch was gibt Hier gibt es bestimmt noch was Linderung bringt mir nix Ähm Okay Seit Sanfestung bin ich mir bei den Truhen nie so ganz Oh der Mondtitanic Nicht schlecht Ich glaube der Mondtitanic Ne Funkeltitanic Warum ja Ah bei der Mondtitanic bin ich mir nicht so sicher Ah hier geht es weiter Okay Ähm Auf jeden Fall Ist mir hier lang Vorsichtig Gut Ich wusste nicht dass du Andor Londo schon kennst Auf jeden Fall Können wir uns hier auch überlegen Ob mir der süßen Prinzessin Ähm Vielleicht doch Helfen oder nicht Als ich hier war War ich mit der Schwarzritterhelle Das war Das war Ein Witz Na ich glaube mit Gifffallen muss ich hier nicht arbeiten Oh Grabhüter Zeug Das ist cool So Ähm Ich habe jetzt den Deadcounter jetzt nicht berücksichtigt Aber in der Regel sollte Andor Londo kein Problem darstellen Vor allem mit dem Giftpfeilen So Bist du bei mir bist Bist du schon tot In der Regel Oder du wirfst mit Messern Ich will nämlich ungern gegen die kämpfen Ich kenne mich nämlich Die hinterlassen Wurfmesser Von daher nicht so schlimm So Ich habe den Ferrisbogen Das bedeutet Ich müsste dich eigentlich treffen Ich mache kaum Damage Dafür bist du vergiftet Aber ich bin hier ein bisschen vorsichtig Ich habe nämlich keine Lust hier runterzufallen Äh Ich will mal was Gucken Ja, ja Halt die Fresse, du Lappen Ähm Da hinten links gibt es noch eine Truhe Okay Das Ding kannst du runterfallen lassen Das ist gut Ja Das ist nicht wirklich Party Das sind also so irgendwelche Irgendwelche Zwergpunks oder so Doch komm schon Wie viele Wurfmesser hast du denn, du Lappen? Ernsthaft? Och, scheiße Guckt euch diese sexy Braut in der Mitte an Na, die werden wir treffen Hm? So, lass mich mal kurz gucken Wie komme ich denn da am besten hin? Ähm Alter, was hat die denn für Milchtüten? Warte Ich will auf jeden Fall in diese Truhe Aber da könnte ich natürlich sterben Müsste eigentlich Nein Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Oh, kacke Ich hab's nie geschafft Diese Dingsbums Ähm Zu meistern Ähm Ich zeig euch mal kurz was Ich Ähm Gerade für dich, Psi Da hinten gibt's auch noch ein paar Truhen Werde ich mich später nochmal Ähm Da müssen wir später nochmal hin Wir müssen erstmal diesen Golem hier besiegen Ja, da hat meine Ausdauer nicht ausgereicht Ist okay Ähm Wir müssen hier später nochmal hin Wenn's ins Endgame kommt Wir müssen ja die vier Fürstenseelen holen Ähm Aber zuerst brauchen wir das Herrschergefäß Und wenn wir das Herrschergefäß haben Dann verschwindet hier dieser goldene Nebel Und das ist eins von den vier Endgebieten Und dann Versiegelt durch die Macht des Großfürstenquins Das bedeutet, wir kriegen jetzt von dieser dicken Brau Von dieser dicken Braut das Herrschergefäß Das müssen wir dann theoretisch abgeben Und wenn wir das dann abgegeben haben Dann, ähm Verschwindet der Nebel Und dann können wir uns diesen vier Großfürsten sozusagen aus dem Intro stellen Äh Das Schöne ist, warum ich Andor Londo jetzt so ein bisschen hinter mich bringen will Ist, ähm Mit dem Wie heißt's? Oh, die Helle Bade geht ab Geht doch Ist doch nicht schlecht Ach, da war ich zu schnell Nein, die Golems sind ein bisschen Alter Schwede Kannst du auch übrigens Das Schild von dem benutzen Oha Ich wollte doch Warum bist du nicht nach Och, komm schon Ja, könnte entweder Feuerwehr sein Oder Johanniter Aber ich glaube Ähm Ist die Feuerwehr Ich hab's jetzt gerade nicht gesehen Ah, geht ab Ich hab's gewusst So, und, 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 und Ich hab den Schlangenring Und Kristallhelle Bade Super Ähm Kristallhelle Bade ist richtig stark Funkeltätern Hit Super Ähm Wie man sieht Die ist richtig stark Es gibt nur ein einziges Problem Die hat eine Robustheit von 20 Das bedeutet, die geht sehr, sehr schnell kaputt Und Kristallhelle Bade kann man leider nicht reparieren Außer man benutzt einen klitzekleinen Trick Geht's hier vielleicht durch? Nee, ne? Ähm Und zwar Wenn die Kristallhelle Bade kaputt ist Dann sollten wir vielleicht Dann kannst du die upgraden Und wenn du die upgradest Ist sie wieder voll So kannst du dir die Kristallhelle Bade So lang wie möglich mitnehmen Habe ich mir eigentlich Ja, hab ich Ne, ich hab eine Eine Geste vergessen Ähm Kannst du hier verschiedene Gesten lernen Von den NPCs Ich hab die Geste vom Schmied Glaube ich vergessen zu erlernen Ähm Jo Wie gesagt Ich Für mich ist das immer noch so ein bisschen der Es ist nicht der First Run Ich weiß, was zu tun ist Allerdings Muss man sagen Ähm Der Gargoyle ist übrigens weg Den musst du nur einmal in deinem Ähm Musst du nur einmal hier in deinem Run Bekämpfen Ähm Problem ist Dass Ich Ähm Ja An der Londo Habe ich mit der Schwarzritterhelle Bade gemacht Und die ist halt riesen Riesen Das ist eine der stärksten Waffen im Spiel Und da hatte ich die auch schon plus drei Das bedeutet Ähm Ich hab hier durchaus Ich hab hier durchaus mit der Schwarzritterhelle Bade Ähm Konnte ich hier durchrushen Das war vielleicht nicht ganz so geil Ich hab allerdings die Hoffnung Dass ich hier auch andere Charaktere wieder treffe Äh Beziehungsweise bessere Ähm Bessere Waffen Weil ich komm mit der Helle Bade echt nicht klar Also Ich komm klar Ich überlebe Aber das war's auch schon So Du bist hinüber Musst mal gucken Ob ich den hier treffe Ein bisschen höher So So Wenn ich den dreimal getroffen hab Müsste der durch den Giftfall vergiftet sein Also okay So Ähm Wenn wir später dann hier runter kommen Können wir das Zeug hier einsammeln Ich will nur links in diese scheiß Truhe rein Habe ich dich getroffen? So Du bist hinüber Warum du da jetzt runter gegangen bist Weiß ich nicht Ist mir eigentlich auch relativ egal Schön dass ich da hinten noch meine Ähm Meine Sachen Ist der da gesteckt? Das ist ein Haufen Scheiße Ah Das hab ich richtig gehört Du bist ein Haufen Scheiße bist du Fick dich Du stirbst an Gift Ich will dich leiden sehen Auf dem Stück Scheiße Was glaubst du wer du bist? Ah Deine Leiche fällt runter Ja super Ähm Scheiße Isa Ja Hier muss das echt stimmen Oder wie kommt man denn da sonst hin? Da rüber springen? Nein Das kann ich mir nicht vorstellen Wo muss ich hier wirklich springen? Ich weiß dass man da Ne warte 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 Ich hab's gesehen 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 Man kann hier runter Hier drüben Übrigens genauso Das bedeutet Wir könnten hier theoretisch langen Aber ich will erstmal hier runter Ich will mal gucken Was hier so finden ist Fick dich Jetzt glaubst du wie du bist Bist du meine Bitch Ja unsere Alain hier Der ist nicht gut Kirschen essen Warum kann ich hier runter? Wieso? Die lässt sich nix vormachen Nein, nein, nein Die ist nicht die Bitch von jemandem Die macht die Leute zu Bitch Du glaubst einfach Du kannst die als Bitch kriegen Vergiss es Die macht dich zu Bitch You are my Bitch Super Na, kann man Okay Die haben dran gedacht Ähm Ja, mit der Dame Die werden wir dann später nochmal Mehr oder weniger Fleisch und Blut sehen Ähm Das überlasse ich dann wieder euch Beim letzten Mal haben wir die erleben lassen Und es war alles schön Oh Du Haufenstück Scheiße Oh, fuck Die haben die Movement Pool Fuck mal life Das ist nicht schlecht Also die machen, ne Darfst du echt nicht unterschätzen So, die Frage ist Okay Wunderbar Was haben wir hier drin? Göttlicher Segen Ja, super So, dann gehen wir wieder hier runter Boah, das war knapp So, dann gehen wir durch den Nebel Weil wenn wir den Shortcut nämlich geöffnet haben Dann können wir tausendmal sterben Das ist dann nicht mehr so tragisch Äh Psy, bist du noch da? So Vorrichtung bewegt sich nicht Okay Wir können hier auf jeden Fall Bisschen hin und her spielen Aber Es bringt halt nichts Das bedeutet Wir müssen das Ding nach unten schieben Alles andere macht keinen Sinn Und wenn das Ding einmal in der richtigen Position ist Unser Käse gegessen Dann können wir nämlich auch ganz nach unten Super So, jetzt können wir nämlich uns auch hier hinten wieder einigermaßen Wow, 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 wow Mein Freund, das haben wir nicht gewettet Jetzt glaubst du, wer du bist Scheiße Kack dir ins Nest, du Kackvogel Fick dich Tailcut, Bitch Versuchst du jetzt gerade wieder Fick dich, du Bastard Ja, ohne deinen Schwanz bist du nix, ja Fuck Der macht nicht Nein, macht er nicht Guck mal, ich hab den schon Ich hab den schon kastriert Oh, da musst du aufpassen Ich hab nicht so viel Blitzresistenz Oh, das Schwarz-Räser-Shint ist super Ey, ich hab dich getroffen, du Penner Arschloch Schade, dass man nur ein von den Dingern kriegt Oh, Gagolhellebade Gagolschild, Gagolhelm Alter Schwede Was haben wir denn hier? Gagolschild, ganz cool Aber Schwarz-Ritter-Shilt ist natürlich der Haufen Scheiße Der deine Mami zum Spritzen bringt Ähm Popurobe, östliche Richtung Steinrüstung Oh ja, Pommes-Panzer Geil Hä, die hab ich mal im Wald geholt Auch nicht schlecht Alter Die lässt sich nichts vormachen Ähm Folgendermaßen Ich hab aber eine Sache vergessen Aber das können wir später noch nachholen Ähm Ja, Kristallhellebade macht natürlich ordentlich Aua Gagolhellebade ist auch nicht schlecht Ähm Hat aber nur D Dafür skaliert die mehr mit Stärke Ähm Zusätzliche Effekte keine Schade eigentlich Ähm Was haben wir hier? Armbrust Alter Schwede Das ist ein Ding Aber ich bin überhaupt kein Armbrust-Fan Ähm Ähm Ja, Gargolhellebade ist auch nicht schlecht, ne D D C D Ja, die Kristall ist natürlich ganz gut Weil die gut mit, ähm Geschick Skaliert Jo Warte mal Hab ich nicht schon Hevels Ring? Doch, hab ich Ich dachte schon Ähm Ich hatte da Ich dachte, ich hätte Hevel vergessen Ach, Quatsch So, jetzt haben wir den Shortcut freigeschaltet Das bedeutet, wir können jetzt hier immer entlang Ich will aber nochmal hier unten lang Hier gibt es nämlich auch noch was zu entdecken Hier geht es eigentlich richtig lang Hier müssen wir auf jeden Fall noch weiter Hier können wir nämlich noch nicht viel machen Weil die Tore noch geschlossen sind Das bedeutet, wir müssen hier durch das innere Schloss erstmal Und wenn wir das dann alles aufgemacht haben Dann ist hier echt Schicht im Schacht Ähm, warum war es mir wichtig, hierher zu kommen Ähm Zumindestens heute, mindestens Hier alles so offen zu machen Liegt einfach da dran, dass ich Und dass es wichtig ist Weil hier kannst du nämlich auch gut Seelen farmen Und hier hast du auch einen Schmied, der dir alle Sachen verkauft Nicht nur diese kleinen Pimmelscherben Sondern hier hast du auch einen Schmied, der dir mal Ein bisschen mehr verkauft Wow, hast du mich erschreckt Du Ficker Wunderbar Schau mal, der Psi ist noch da Wenn jetzt alle abschalten, dann brauche ich hier auch nicht weitermachen Fickt euch Könnt ihr mal aufhören, eure scheiß Messer nach mir zu werfen Ich stehe nicht so auf kleine Dinger Seht doch was für ein langes Ding, die schon in der Hand hat Oh, du Scheiße Oh, du Scheiße bist du Fick dich, Bastard Wurfmesser könnt ihr Sind für die Katz Ah, der ist ganz schön schnell Alter, du Huren gefickter Bastard Oh, Mann Dieser Lappenlurch Hat er mich noch gefickt? Ah, okay Ist kein Problem Kann man mal machen Unsere Naja, unsere Ähm Ich werde jetzt hier trotzdem die ganzen Golems und alles mitnehmen Weil die einfach ordentlich Kohle geben Beziehungsweise die geben gut Seelen Ich darf jetzt nicht zu nah an die rangehen Sonst kommen nämlich beide Und ich glaube, mit beiden komme ich nicht klar Ja, was ist meine Dingsbumm zu schwach Hallo, ich habe dich getroffen, du Arsch Super Malerweise könnten wir denen jetzt zugucken, wie sie vergiften Aber ich habe da jetzt keine Lust drauf Das dauert mir zu lange Auf jeden Fall nehme ich hier so viel mit, wie ich kann Hier musst du aufpassen Die sind nämlich von dem einen Großschild sind sie komplett geschützt Das bedeutet Ah Das war ein Fehler Ja, geht ruhig zurück Ist kein Problem Ah, habe ich nur eingetroffen Macht aber nichts Folgen wir nicht so weit Wow, 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 wow Moment, mein Freund So haben wir nicht gewettet So, du bist im Arsch Du musst auch gleich sterben Ist okay Auf jeden Fall ist es hier eigentlich gar nicht mal so unklug Hier den ganzen Kram mitzunehmen Weil wir einfach nicht so viel gutes Equipment haben Und somit könnten wir uns eigentlich ein bisschen aufpeppen Wenn die ihren Schlag machen, einfach unter ihren Beinen durch Dann ist der Käse gegessen So, wunderbar Das sind immer so pro Turm 4500 Seelen Das ist ganz gut Vielleicht nicht mehr so gut im Leveln Weil wir schon Ja, wir sind Level 41 Das ist jetzt nicht so viel Aber es ist doch schon Nicht wenig Aber zumindestens das Equipment Was wir haben Normalerweise Ja gut, ich könnte natürlich hier auch durchziehen Und einfach nur versuchen So viele Seelen wie möglich mitzunehmen Bis zum Schmied Weil dann würde ich nämlich privat hier einfach mal ein bisschen farm Ja, wie ihr seht Ich habe mich ja mit dem Equipment mal ein bisschen auseinandergesetzt Das bedeutet Warte mal Wenn ich die ins Gesicht schieße Müsste dich das doch eigentlich interessieren Hat es dich getroffen? Ja Jawohl, das war ein schöner Crit Aber solange wir nicht zu nah an die rankommen Passt das schon Ja, ich weiß Bogen Pipapo Muschikeks Von mir aus Kann ich aber privat ein bisschen Wenn ich mal Langeweile habe Fahre mich hier eigentlich ganz gerne immer mal ein paar Seelen Dass ich halt meinen Status ein bisschen upgraden kann Ach komm Kommt schon Einschlag Noch Schlag hättest du noch machen können Komm mal Das meine ich mit der Helle Bar Da kannst du sagen was du willst Aber die ist scheiße, Mann Ich weiß nicht warum es Leute gibt, die das lieben Aber Habe ich ein normales Schwert lieber Klingt jetzt doof, aber so ist es Manchmal lassen die auch Lassen die auch Riesensachen droppen Deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich Hier den Schlangenring schon zu haben Der Schlangenring macht Erhöht die Chance Gegenstände zu droppen Ich habe aktuell eine Beutehäufigkeit von 100 Das bedeutet, das Ding gibt mir 200 Beutehäufigkeit Und die meiste Beutehäufigkeit habe ich mit 10 Menschlichkeit Allerdings habe ich noch keine Menschlichkeit gefahren Das bedeutet, ich kann mir jetzt nicht so viel einfach mal Nebenher rein sausen Das bedeutet, ich muss schon ein bisschen Sparsam umgehen Ich würde ja gerne normalerweise in der Kanalisation Mit, ähm, in der Kanalisation Menschlichkeit farmen Aber Das ist leider nicht der Fall Von daher Muss ich Muss ich einfach mal gucken Und dass ich vielleicht das im DLC mache Weil da gibt es nämlich richtig viel Menschlichkeit Aber wir finden hier noch ein bisschen was Was das bedeutet Wenn ich mit 10 Menschlichkeit Ins DLC gehe Wo diese schwarzen Gegner da rum Auflaufen Und die aussehen wie Menschlichkeit Ähm Da kannst du richtig gut fahren Schlangenring und 10 Menschlichkeit Und dann kriegst du da Pro Run zum Boss Kriegst du da ordentlich Ähm Ich wollte da runter Ist nur die Frage Ist das Jetzt Der Ähm Weg zum DLC Oder ist das der Weg Zum Dingsbums Oder ist das der Weg Fick Und dich Penner So Ich versuche die jetzt einzeln zu triggern Ist gut Ich glaube das macht Sinn Ach komm schauen Komm her du Penner Ich weiß dass du da bist Und du weißt Dass ich dich will Ha In meine Äh Man bist in meine Lanze gelaufen Hat sie mal Bock Auf was dickes Na Wenn die Mofen Es ja weniger was geben würden Dann würde ich sagen Es lohnt sich hier Aber aktuell lohnt sich es halt gar nicht Ja bevor du dein kleines Messerchen zücken kannst Mein Lieber Ist aber Totenstille Warte mal wenn ich dir einen Header gebe Jawoll Es läuft Der Boden macht gut Schaden Ich werde den auf jeden Fall upgraden Fick dich Pisser Was glaubst du wer du bist Ja durch den Schlangenring kriegen wir natürlich jetzt ganz viel Beute Was an sich unbedingt nicht so verkehrt ist Ich werde hier auch keine Giftpfeile nehmen Weil das bringt bei den kleinen Gegnern nicht wirklich was Ich glaube der hat einen leichten nach Ne nur mit den großen Pfeilen hat er meistens so nach rechts Drall So Wer ist denn noch im Chat Der Counter sagt zwei Also wenn man von fünf Leute auf zwei runter geht Nur weil ich das Spiel gewechselt habe Dann ist es echt Also es ist ein bisschen traurig Ähm Vor allem wenn der Psi jetzt nicht da ist Dann ist natürlich die Frage Macht das Sinn oder nicht Auf jeden Fall gibt es hier Ähm Gibt es hier noch eine DLC Welt Wenn man das normale Prepare to Wenn man die normale Prepare to Dive Version Version hat Braucht man das DLC Braucht man das DLC Zeug Kann ich dich triggern Das ist gut Ich benutze den Ferris Bogen immer gerne um die Leute ein Oh du bist doch so blöd Warum Ähm Was Ähm Ja wenn man die normale Prepare to Dive Version noch hat Die alte für die Playstation 3 Dann ähm Sollte man Muss man die DLCs glaube ich nachkaufen Oder man holt die Dingsbums direkt Ähm Sich direkt die Remastered Version Was so ein bisschen So an sich gar nicht schlecht ist Weil die Remastered Version halt einfach Ähm Ein paar technische Vorteile bietet Erstens brauchst du kein Dark Souls Fix einzustellen Ähm Der Dark Souls Fix macht das Dass das Spiel auf 3 Äh Auf 60 FPS läuft Und nicht auf 30 Und du kannst halt einfach bessere Einstellungen machen Allerdings Muss ich sagen Ähm Gefällt mir das mit dem Remastered besser Weil erstens Musst du dann nicht mit der Editor Datei Und der Mod rumarbeiten Wo du die übrigens auch viel kaputt machen kannst Sondern Ähm Kannst dann auch ganz einfach Das in den normalen Einstellungen machen Weil die Mod macht Der Dark Souls Fix macht nämlich Dass du in der Editor Datei Den ganzen Kram einstellen musst Und nicht traditionell In den Einstellungen des Spiels Und Ähm Was wollte ich noch sagen Ah da ist einer Komm her Ich hab dich gesehen Hab dich gesehen Nur auf ein Stück Scheiße Fick dich Es tut einfach so gut Das Spiel zu spielen Es macht Spaß Am Anfang bist du die Bitch Und wenn du Oh Zauberwaffe Ist eigentlich nicht schlecht Vielleicht sollte ich das mal benutzen Aber das muss ich am Bonfire machen Drei Slots Okay Gibt's hier Gibt's noch was zu finden Die Frage ist Was gibt's hier noch zu finden Hier musst du aufpassen Die können nämlich an jeder Ecke stehen Diese kleinen Lappen Na komm Komm in den Nahkampf Du Lappen Du feige Ratte Na komm schon Fick dich Du heilst dich nicht Du Penner So Ähm Kann's hier reinlaufen Äh Gibt's eine neue Welt Aber Mach ich später Ich weiß auch gar nicht Ob ich die triggern muss Aber ich glaube nicht Sie painted world Nennt man das So Schwarzeisenhelm Jawoll Jetzt Jetzt läuft's Ja Komm Das ist Eine Rüstung Das ist eine Das ist eine Rüstung Glaubt mir Äh Grab mal Großschwert Warte mal Oh Da brauchen wir 28 Stärke Ich würde sagen Alter Guck's dir an hier Nicht schlecht Ist okay Ich kann natürlich mit den Werten nichts anfangen Weil ich zu schwach bin Das bedeutet für mich Ähm Ich muss wieder zurück auf das Auf das alt bewerte Obwohl schwach Guck mal Das ist ein Grotschild Das gibt 80 Verteidigung Schwarzritterschild gibt 81 Verteidigung Gut das ist plus 4 Aber trotzdem Ähm Ich bleib erstmal bei dem Lederzeug Aber im nächsten Run können wir mal gucken Ob wir das vielleicht mal anders da machen Aber für den Anfang ist eigentlich Lederzeug ganz gut Boah Ornstein und Smoke Das wird ein Spaß Ähm Ich hab die letztens gerade so geschafft Aber da war ich auch mit einer Schwarzritterhelle Bade auf plus 5 unterwegs Die hab ich hier nicht mehr Oh 30.000 Seelen Das läuft ganz gut Okay Hier war also doch nur der Weg zum DLC Und das bedeutet Ähm Bringt nix Müssen wir doch geradeaus Die Frage ist nur Ah ich weiß wo Ich weiß wo und ich weiß wie Okay 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 Schon länger her Von da her So ähm Da hoch Da warten uns drei Golems Die sind aber nicht so schlimm Dann Da links ist der Schmied Und da rechts geht's weiter Aber wir können nicht durch das Tor Weil das verschlossen ist Das bedeutet wir müssen irgendwie Überall hier lang Kann man hier runter Glaube nicht Hier kann man den Hebel ziehen Dann ändert man das eine oder andere Aber es bringt nix Ne okay Hier oben muss man ein bisschen aufpassen Deswegen hab ich mir die Giftpfeile geholt Die sind ganz nett Die Gargoyles sind nervig Glaubt mir Die zu bekämpfen Ist scheiße Ähm Ähm Ich hab nix gesagt Die sind nicht immer so dumm Ich weiß nur nicht ob das so schlau war Die zu triggern Da oben ist die Tür zu Das bedeutet die können da nichts machen Ah ich weiß nicht ob das so schlau gewesen ist Auf jeden Fall der eine Gargoyle Super Dummi Stroh Perfekt in den Tod gibt Wunderbar Nein der kann herkommen Boah du Ratte Ah stimmt Rechts ist offen Links nicht Fuck Scheiße Ah jetzt hab ich ein Problem Komplett ja hoffentlich ein Stück Scheiße Das war zwar ein Fehler Aber ich sag trotzdem Die haben Blitzschwer Deswegen geht das ein oder andere durch Perfekt Perfekt Ne Einfach 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 Leather Das glaubst du wie du bist So Ähm Hier müssen wir ein bisschen aufpassen Wenn wir hier nämlich den falschen triggern Dann kommen nämlich beide Und die sind mir dann persönlich dann doch zu viel Okay der ist vergiftet Ist eigentlich okay Ähm Wenn ich den nämlich trigger Kommt der nämlich an Ähm Das Problem ist Wenn ich da oben den bekämpfe Dann kann es ganz schnell passieren Dass ich in die Range des anderen drin bin Und dann muss ich mich Zweimal mit denen rumärgern Darauf hab ich eigentlich keine Lust Wunderbar Der ist auch schon fast tot Komm Darauf geschissen Hier brauche ich Ich weiß nicht Ich sollte mehr mit meinem Schild arbeiten Ich hab nämlich so das Gefühl Dass es glaube ich Für alle Beteiligten besser ist Wenn ich einfach blocke Das Problem ist Du kannst hier nicht einfach durch Kannst hier nicht einfach durchstechen Das ist nicht so cool Und das Ding kannst du nur von der anderen Seite öffnen Was eigentlich ein bisschen Schwachsinn ist Das ist von der anderen Seite verschlossen Als könntest du da nicht mit dem Arm reingreifen Ähm Das ist auch verschlossen Kriegen wir später auf Ähm Der erste Weg ist hier durch Aber hier gibt es noch ein paar Gargoyles Einen noch auf der linken Seite Ähm Hier ist auch alles zu Das bedeutet hier passiert gar nichts Hier kannst du auch Kannst zwar runter Aber hier gibt es nichts Ich weiß nicht Ob du das hier später aufmachen kannst Ich glaube Ich hab's aber nie hingekriegt Von daher Du musst hier runter Dann hier lang Und ja Aber da wartet schon einer auf mich Hab dich gesehen Das tat so gut Mit der Schwarzritter Hellebade Plus 5 hier reinzugehen Und die einfach zu one hitten Jetzt brauch ich drei Schläge dafür Kannst du mal sehen Ähm Ja Ja links gibt's auch nix Nö Also von daher Ich kenn ja den Weg größtenteils So hier geht's runter Ähm Hier kannst du theoretisch auch runter Aber Das bringt dir nix Von daher Geh mir den richtigen Weg So Ähm Ich weiß nicht Ob man die bekämpfen soll Es macht eigentlich mehr Sinn Da durchzurennen Aber ich mach sie trotzdem platt Die Seelen kann ich gebrauchen Vor allem gehen die mir da nicht Auf den Sack Ja genau Das ist das Problem Hier gibt's nämlich zwei Ähm Schwarzritter Die mit einem Drachentöterbogen Jagd auf mich machen Ne das ist ein Silberritter Okay Aber hier bist du eigentlich Relativ sicher Einfach Oh scheiß Remastered Version In der normalen Version Bist du hier eigentlich Relativ sicher Na vielleicht hab ich auch Einfach nur Pech gehabt Hier durch Hier einfach Einfach durch Einfach laufen Einfach laufen Boah Fick dich Stauberstück Scheiße Fick dich Hab ich gesagt Du Penner Ja Ja ich hab gesagt Du sollst dich Ficken Du Bastard Du bist noch ein Stück Scheiße Bist du Einen Bogen kannst du Einen Bogen kannst du Alter ich finde Einen Bogen will ich auch haben Fick Und dich Ist ein bisschen eng Das bedeutet wer hier nicht Parryen kann Hat ein großes Problem Und ich bin jetzt durchaus Kein Parrygott Aber ich krieg das so Einigermaßen hin Deswegen Ja Hier durch den Nebel So das Lachs hier guckt noch zu Äh zwei Zuschauer Wunderbar Ja ich find's ein bisschen Schade Hier laufen die Silberritter echt Überall rum Da musst du echt Aufpassen wo du reingehst Ach wen haben wir hier Solar Das seid ihr ja Ihr seid in letzter Zeit So still Was machen die Beschwörungen Sobald ihr meine Strahle Signatur seht Zögert nicht mich Herbeizurufen Ihr habt mich ziemlich Beeindruckt Ich wäre hoher Freude euch dienen zu dürfen Das ist super Den werden wir auch hier Später wahrscheinlich brauchen Ich hoffe dass ich den Beschwören kann Ein Leuchtfeuer rasten Ist eigentlich nicht schlecht Ähm Will ich das entfachen Ne brauche ich nicht Ich will hier aber Ich will auch nicht aufsteigen Ich will erstmal zum Schmied Hier gibt es auch coole Sachen Zu finden Ähm Müssen halt nur gucken Wie wir es machen Hier muss man aufpassen Die Silberritter Ist nur einer Hallo Fuck Fuck Fick dich Alter Okay Was haben wir hier Sonnigmedaille Ah ich weiß nicht Ich weiß nicht Ob das Ob es den Schluck Wert gewesen ist Hier ist noch einer Von diesen Silberrittern Wir sind nicht ganz so stark Wie die Schwarzritter Aber wie gesagt Wenn man parrying kann Ist das echt Schlucki Gucken wir uns alle mal hier Ein bisschen in Ruhe Wir haben uns eigentlich ganz schick Hier Ist nur die Frage Will ich hier rein Will ich hier rein Aha Was haben wir denn hier Haben wir hier einen Geheimgang Super Das gefällt mir nicht Hier höre ich nämlich So ein schönes Röcheln Ich hab's gewusst Hier gibt's noch Mimik Ah hier treff ich aber irgendwie Also bei Samtsfestung Hat meine Dame Yes Geil Ah cool Ähm Ähm Hab ich noch nie gedroppt Jetzt zum ersten Mal Symbol der Gier Symbol der Gier Ist eigentlich ganz cool Ähm Das zieht mir permanent Leben ab Aber je weniger Leben Ich hab desto mehr Seelen kriege ich Ich zeig euch das Ähm Lesen wir uns das mal durch Geil Symbol der Gier Super Ähm Hier Symbol der Gier Eine Schatzkisse Elender Monsterkopf Diese einmalige Gott gilt als Schand Symbol eines vergessenen Clans Der verbannt wurde Da er der Sünde der Habgier Schuldig war Verbessert leicht Die Seelenaufnahmen Und das Aufhinden von Objekten Man muss jedoch den Fluch In Kauf nehmen Ähm Bedeutet Der zieht uns halt Permanent Solange wir den auf dem Kopf Haben HP ab Aber Dafür Kriegen wir knapp 20% mehr Seelen Das bedeutet Wenn wir Oh Drachenzahn Ah was haben wir hier Haben wir hier Haben wir hier Haben wir hier Havel Havels Großschild Aha Was haben wir hier Ja Havels Helm Havels Rüstung Leute Das ist es Havels Rock Ich würde sagen Alter Guck dir das an Guck dir das an Ah was ist los Aber Alter Wir haben mehr Belastung Als wir tragen können Oh übel Übel Ja ich würde sagen Das ist der heiße Scheiß Deswegen sind wir hier Aber Können wir gerade aktuell Noch nicht tragen Wir müssen da auf jeden Fall Noch mehr In andere Sachen stecken Jetzt kriegen wir aber hin Das war gut Symbol der Gier Kann man mitnehmen Ähm Vor und Nachteil Hier ist Die Ritter Spawnen Nah Ja die Ich sag's immer so GZ ist halt immer so Eine Sache Das Symbol der Gier Wenn man Alle Mimics bekommt Das ist immer so eine Sache Man sagt Wenn man alle Mimics killt Also die Ton Die sich verwandeln Die heißen Mimics Dann kriegt man Dieses Symbol Der Gier Automatisch Ist mir aber noch Nie passiert Von daher kann ich Das nicht sagen Mir ist es noch nie Passiert Dass ich das Ding hatte Ähm Was wollte ich noch Sagen Ähm Auf jeden Fall Ja ist eigentlich ganz cool Ich muss nur Ähm Darauf achten Dass ich das nach den Bossen Aufnehme Dann kriege ich mich 20% mehr HP Und wenn du halt 50.000 Seelen kriegst Und dann 20% mehr Das ist schon eine Menge Problem ist halt Natürlich wie gesagt HP Deswegen immer Nach dem Bosskampf Das ist immer noch So ein paar Sekunden Zeit Ähm Das ist so eine Sache So ein Bull Der Gier sollst du kriegen Wenn du alle Mimics killst Nein 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 Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Oh Dieses scheiß One-Hit-Kill Warum Ich war full live Ich hab mein Oh ich hasse das Dieses Diese Moves Hasse ich Warum Bei Bossen kann ich Verstehen Dass sie das mal Ganz ganz selten machen Aber so ein Ganz normales Kleines Pissvieh Das muss nicht sein Das muss wirklich Nicht sein Oder siehst du das auch so Ja siehst du Boah Jetzt aber Der hat es mir gegeben Und meine ganzen Seelen im Arsch Oh warum Ach Oh Fick doch mein Leben Ins Knie Ey Och man Große Glut Er fickt dich Mit deiner großen Glut So Ich bin jetzt gestorben Bedeutet Meine ganzen 40.000 Seelen Sind im Arsch Alles nur deine Schuld Du Wichser Fick dich Warum nicht gleich so Wenn du mir jetzt nichts droppst Ich schwör's dir Ich kack dir in die Rüstung Ich pisst dir in die Rüstung Na was ab Das nächste Mal Piss ich dir in die Rüstung Dass den ganzen Stahl rostet Dann kann sich gar nicht mehr bewegen Warum Scheiße Was glaubst du wer du bist Du bist nichts mehr als eine Bitch Na komm Schlag zu Ich hab gesagt zuschlagen Penner Fuck man Ich glaub die Mimics Kommen auch gar nicht wieder Ah ist doch scheiße man Hier ist nix Das haben wir ausgelootet Fuck Das ärgert mich jetzt Diese ganzen 40.000 Seen Hab ich extra aufgehoben Nur damit ich mal Ähm Damit ich hier mal Dingsbruchs machen kann Dann kommt so eine kleine Missgeburt So ein kleiner Waldförster Ficker Oh mein der könnte mir Einen Bitchlepp geben Komm her du Schwanz Ach du warst das Stimmt Fick dich Ich hab gesagt Fick dich Hab ich gesagt Fick Dich Schwanz Ah was eine missgeburtene Drecksau Silbermünze Was bringt die Silbermünze eigentlich Silbermünze mit Bild des Ritter Ja toll Silbermünze Das ist Verdammtes Kackstelzenvieh Hier haben wir noch ein Warum kommen hier so viele Mimics Ich hab gesagt Fick dich Oh mein Stück Scheiße Dreckiger Bastard Goldmünze Okay Ich hab keine Ahnung Was die bringen Drachenköpfe Das ist cool Das ist okay Komme ich hier überhaupt runter Nein Gut Das soll nur Das ist wahrscheinlich nur ein bisschen Ja Ist eigentlich ganz cool Weil die hier Eigentlich alle Nett waren Und haben die Drachen besiegt Fick Und Dich Scheiß Penner Was glaubst du wie du bist Da unten Titanit Dämon Ah ich weiß nicht ob ich den besiegen will Riesenscheiße Warte mal Eigentlich hab ich jetzt mittlerweile doch einige Seelen Ähm Ich würde ja gerne die Seelen hier benutzen Eisengole Mechsen und so weiter und so fort Aber Die geben ganz wenig Seelen Das lohnt sich so gut wie gar nicht Brrrr Hier haben wir alles durch Ne Ja Da ist die Verbindung bei Steam unterbrochen Was soll das Kann nicht geöffnet werden Was Fuck Wen haben wir hier stehen Kann ich den da hinlocken Nein kann ich nicht Komm rein Kommst du rein Das wär ganz cool Bäm Muschi So naja Auf jeden Fall Kommst du hier eigentlich gut voran Was Seelen angeht Erstmal alles kaputt machen Ähm Aber dass ich die 43.000 Seelen jetzt verloren hab Ist natürlich ärgerlich Das gefällt mir gar nicht Hier geht's hoch Okay Ähm Ich will hier aber noch nicht weiter Oh Das ist eine Süße Das ist glaube ich der Gwyn Das sind die Kinder Das ist eigentlich ganz nett hier Boah Ja so ein Ding macht natürlich Aua Aber Parry und dann ist der Käse gegessen Wunderbar So Drachentöterpfeil Auch nicht schlecht 1300 ist okay Ähm Ist jetzt die Frage Hier geht's nicht weiter Okay das bedeutet Ich muss da weiter Ähm Lass ich von der Seite nicht öffnen Das bedeutet Ich muss da hoch Und muss die andere Seite aufmachen Gefällt mir nicht Dass ich jetzt schon so viel Leben verloren hab Aber dafür muss ich mich nicht Mit diesen Pimmeln rumärgern Na mit der Schwarzritter Elebate Sieht das alles wesentlich anders aus Wenn der mich sieht Schießt der mit seinen dicken Pfeilen nach mir Jo Find ich gut Dass der Pfeil im Flug Seine Richtung ändert Ist das Fick dich Hier gibt's glaube ich nur die zwei Fick dich Spacken So Ruhe im Karton Warum droppt ihr nix Ich hab so das Gefühl Ich bin gerade Was drop Was drop angeht Ganz schön im Arsch Warum ist der weg Hallo Na komm raus Ah weißt du was ich glaube Ich glaube ich weiß warum Ich hier gerade so stark bin Ähm Das sind Silberritter Das bedeutet Die kämpfen eigentlich für das Licht Ich hab die Krudhellebade Die hat ein bisschen finsternes Damage Und deswegen ist die sehr effektiv gegen die Das könnte natürlich sein Das würde auch so ein bisschen erklären Warum ich Ähm Hallo Sigmeier Hm Hm Was soll ich bloß tun Ich weiß nicht Das ist so ein goldiger Kerl Oh Ihr schon wieder Lasst mich raten Wurdet ihr von den Silberrittern verjagt Ah Schämt euch nicht So er geht es pionieren wie euch und mir Mir fällt schon etwas ein Gemeinsam können wir es schaffen Also es bedeutet in dem Raum Wir machen jetzt erstmal auf Das sind drei Stück Oh fuck So 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 der eine ist schon mal weg Das merkt man auch Die sind nämlich glaube ich anfällig Ähm Gegen meine Dunkel Gegen meine Gegen meine Krudhellebade Ist eigentlich ganz gut Ähm Deswegen hab ich auch bei Sams Festern so wenig Damage gemacht Silberritterschild Auch nicht schlecht Aber Das Silberritterschild ist nicht ganz so stark Wie das Schwarzritterschild Obwohl das müsste ich eigentlich mal Das sieht auch nicht schlecht aus Ähm Ich muss das mal upgraden Muss mal gucken wie das aussieht Ich werde jetzt folgendes machen Ich werde jetzt hier normale Menschlichkeit benutzen Um mich zu heilen Weil ich weiß nicht wann das nächste Bonfire kommt Zumal ich auch noch keine Ähm Okay Dämonen titaniert Das war ganz gut Das kann ich hier öffnen Super Shortcut freigelegt Wunderbar Das bedeutet ich kann mich jetzt gleich ans Bonfire setzen Ah so sah noch Lando früher aus Oho Was legt euch auf dem Herzen Mein Freund Wartet Ihr habt diese Bäschen besiegt Fantastisch Ich bin gerettet Dieser Ritter von Katharina Lobt euch hiermit Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit Winzwesenring Doch seid auf der Hut Edelmut bringt große Risiken Gebt mir beim nächsten Mal die Chance Mir einen Plan auszudenken Ah Siegmeyer ist ganz cool Ich weiß nicht was der Winzring bedeutet Was der Winzring macht Äh Schutzring der Gunst verstärkt aus Trefferpunkte Ausdauerlast bricht bei Entfernung Das bedeutet blöd Kleine Zunahme von TP Ist eigentlich auch nicht schlecht Aber ich will den Ähm Ring bei Ähm Beibehalten Ja jetzt sind wir hier Das ist eigentlich ganz cool Jetzt haben wir hier den einen Shortcut schon mal geöffnet Das ist super Sprich wenn wir das nächste Mal sterben Ist es gar nicht so tragisch Dann kommen wir ganz schnell wieder da durch Ohne uns hier Durch die ganzen Engen Gänge Durchboxen zu müssen Aber wir müssen hier noch eins runter Die Frage ist Will ich schon eins runter Eigentlich müsste ich mich mal heilen Weil ich keine Flakons mehr hab Aber ist okay Ist kein Problem Kriegen wir hin Hier unten waren wir auch schon Hier unten waren wir Genau Lässt sich von der Seite nicht öffnen Muss ich mal gucken Muss ich mal gucken Jetzt bin ich ein bisschen überfragt Wo ich lang muss Hier war ich auch drin Hier ist das Bonfeuer Okay Hier war der Ritter Okay Und von da bin ich reingekommen Okay Das bedeutet Ich muss nach oben Ah ich weiß wo ich lang muss Ich weiß wo ich lang muss Ich weiß wo ich lang muss Das ist eigentlich ganz schön Anor Londo Ähm Ich muss wieder hier raus Da wo ich eben oben gewesen bin Warum kann ich hier nicht einfach so hoch Ich muss wieder hier durch Und beim letzten Mal bin ich auf der anderen Seite runter Um den Shortcut zu öffnen Ähm Beim letzten Mal bin ich ja Hier runter gegangen Und da waren wir bei Sigma Ja Es war wichtig mit dem zu sprechen Jetzt werde ich aber nochmal gucken Ob hier vielleicht noch was liegt Bin da nicht so ganz sicher Ich trau dem Spiel ja alles zu Aber ich glaube nicht Dass da was liegt Nein Na gut Jetzt müssen wir hier lang Hier können wir nämlich dann Eine andere Shortcut öffnen Das ist die Frage Will ich unvorbereitet hier runter Da ist der Titanit Dämon Hier geht es runter Da ist noch ein Silberritter Ähm Wir gucken ob ich irgendwie noch eine Shortcut öffnen kann Bevor ich mich jetzt hier mit diesen ganzen Leuten anlege Wo kommen wir hier lang Ich weiß wo wir lang kommen Ähm Hier übrigens Könnten wir auch gegen Ähm Den Lorenz kämpfen Wenn wir den am Feuerbahnstrein nicht getötet hätten Aber das ist ja diesmal hier relativ egal Der bringt eigentlich nichts Also der bringt schon was Klar aber Kann sie vergessen Mit der Hellebarde mache ich dem keinen Schaden Ähm Ich probiere es mal mit der Kristallhellebarde Ähm Ich will bei dem eigentlich ungern sterben Ach komm Darauf geschissen Tod ist tot Schild oben halten Alter der ist stark Doch Der macht hier mit seinem Scope Oh fuck Ich habe keine günstige Waffe gegen den Eisenfleisch Ja toll Bringt mir nichts Ähm Bevor ich mich jetzt hier rumärgere Mache ich folgendes Ich Werde mich jetzt hier menschlich machen Das Feuer entzünden Dass ich 10 Estusflakos bekomme Und Dann läuft das alles ein bisschen einfacher So Zauberei einstimmen Große Zauberwaffe Ja ich habe nicht genug Intelligenz Um irgendwas zu benutzen Das ist dumm Das ist schade Na gut Ähm Ich werde mich jetzt Ich werde jetzt hier überall nochmal Rumeiern müssen Ach komm Seelen nehme ich mit Ich brauche die einfach Warum nicht gleich so Ah du Pisser Was glaubst du wer du bist Du bist meine Bitch Wunderbar Ähm Jo Shortcut geöffnet Der Typ geht mir auf den Sack Deswegen Sicher ist sicher Ich muss meine Rüstung Upgrade Äh Ein bisschen upgraden Aber dann kriege ich nämlich Nicht so schnell auf die Fresse Wenn ich doch mal auf die Schnauze Kriegen sollte Okay Das war was anderes Kann ich noch nicht öffnen Okay Na gut Ich weiß gar nicht Ob die Mimics wiederkommen Das wäre natürlich mal Eine Sache Die es auszutesten gilt Ne Die sind hinüber Das ist gut Och man Bei den schweren Schlägen Bin ich nie so ganz sicher Was die da am meisten brauchen Ja toll Da unten liegt mein Zeug Und ich mach bei dem Kein Damage Warte mal Kann ich Nicht von hier unten Das wäre schön Och Da haben sie dran gedacht Diese Pisser Okay Ähm Ich muss irgendwie runter Aber so weit bin ich noch nicht Weil ich den Shortcut Da nicht geöffnet hab Das bedeutet Oh ein Stück Scheiße Gehst du mir wieder Auf den Sack wetten Backstab Penner Naja du Tropst nur den Drachentöterpfeil Das ist schön Aber naja ich weiß nicht Bringt mich jetzt nicht weiter Noch man Also wenn sie parries Dann sind sie one hit Das ist ganz cool Aber die können einem echt Auf den Sack gehen Ich hoffe dass ich irgendwie Mal ein Schwert Von denen droppe Die sind ganz schön fix Das ist aber cool Die sind wieder da Na komm Oh du musst natürlich Deinen Scheißschlag noch treffen Du Fotzenknilch Na gut Hinüber ist hinüber Ähm Ist eigentlich ganz cool hier Nur eine kleine Konzeptzeichnung Da sind sie Riesengolems Das bist du Weißt du Bescheid Du bist hier nichts Ein bisschen kleines Kleiner Pissstrahl In dem Spiel Trotzdem Muss ich weiter Da war nur diese Mist Ja hier muss ich lang Oh komm schon Ich hab mein Schild Hochgehalten Du machst mich Jetzt nicht platt Na komm Fick dich Fick Und Dich Wunderbar Ich find's so schade Dass sie nichts droppen Ja Lass mich doch Lass mich doch Oha Bei dem Spiel ist es ein bisschen anders Da kann man auch mal ein bisschen entspannen Und sich mal Gehen lassen So Ich muss den Titanit Dämon besiegen Das ist natürlich ärgerlich Ich will da nicht mit so viel Seelen rein Aber die geben ganz gut Ich bin eigentlich ganz glücklich Na komm schon Bam Ich werd wieder warm Ich werd warm Was ist los So Ich würd gern mal wissen Ob der Psy Jetzt noch wieder da ist Ich mach ja Annelonne Nur wegen dem Sonst würde ich ja ganz gerne Weiterspielen Mit Skado Valley Somal mir auch Beim Spielwechsel Ganz viele Zuschauer Abhanden gekommen sind Ähm Hat's ja gesagt Dein Mehrfachstecker Von PC ist kaputt Lack See das ist schade Ich hoffe du bist jetzt Unterwegs Und holst einen neuen Das wäre ganz cool Scheiß Titanit Dämon Mal schön ein Schild oben Hassen Ich will nur meine Seelen haben Ich will den eigentlich besiegen Gift Ist es dein fucking ernst Ist mir egal Ich mach den so Ich hab das Gefühl Mit meiner Hellebarde Das Problem ist Ich glaube die Crew Telebarde Die macht Finsternes Finsternes Schaden Und Das interessiert Den Titanit Dämon Nicht so wirklich Von daher Ich bin aber ganz froh Dass ich meine Seelen wieder hab Sind nicht so viele Wie vorher Aber Der gibt halt Dämon Titanit Das kannst du dir zwar Auch bei dem Riesen kaufen Aber was Todes Ist es tot Warte mal Hab ich nicht noch Irgendwie einen anderen Bogen Der ein bisschen mehr Damage macht Ähm Ne Ich hab keinen Bogen mehr Ich will jetzt aber auch Die Giftpfeile nicht verschwenden Die machen nämlich Ein bisschen weniger Schaden Das Problem ist Der aus Stein Theoretisch besteht Ähm Bringt das nix Er wird nicht vergiftet Das wäre super Wenn man die vergiften könnte Warte mal 25 Hier ein bisschen näher rangehe Müsste das auch eigentlich Ne Das macht keinen Unterschied Meistens ist es so Je weiter weg du von dem Gegner bist Desto mehr Desto weniger Schaden machst Du mit dem Bogen Beim Ferris Bogen Ist die Range des Maximalschadens Etwas weiter Als bei den Kurzbogen Dafür hat der Kurzbogen Halt die meiste Feuerrate Ähm Problem ist natürlich Ich glaube das geht Nur bis zu einem gewissen Grad Äh Sprich ich glaube mehr als 25 Schaden Mache ich bei dem nicht Mit Giftfallen wäre das natürlich super Ja ich würde hier mal Ein Bow Only Run probieren Das Problem ist allerdings Bist du soweit bist Dass du den richtig machen kannst Brauchst du Bei manchen Gegnern Richtig Hast du richtig Probleme Ich glaube bei den Gargoyles Wird es sogar gehen Man kann es ja theoretisch Wenn du es richtig machst Eins bis zwei Ähm Dingspunkts beschwören Ähm Der Taurus Dämon geht auch noch klar Aber du musst halt Äh Das Problem ist halt Mit Bow Only Run Ähm Es ist halt schwierig Weil du musst halt eigentlich Viele viele Seelen farmen Um ähm Richtig Ordentlich Damage zu machen Und du brauchst erstmal Den Ferris Bogen Bis du halt Ähm Möglichen Bogen hast Mit dem du arbeiten kannst Und bis dahin Bow Only Run Ich weiß nicht wie das Wie das Äh Wie das gesehen ist Äh Von daher Ja mach ich halt Die Muschi Taktik Ist mir eigentlich egal Ähm Man könnte natürlich sagen Dass man sagt Man macht einen Abschnitt Mit Bow Only Und wenn man dann Soweit ist Wenn man den Run dann Hinter sich gebracht hat Können man natürlich noch Mit normalen Waffen Seelen grinden Das ist nämlich das Problem hier Was ich mit Äh Was ich so Mit Bow Only Run so sehe Weil Waffen brauchen halt Nicht so viel Seelen Ab und zu mal So eine Waffe reparieren Aber die Hille Bade Habe ich ja kaum repariert Ah Zwei Dämon Titanin Super Und was ist hier Äh Gar nichts Na toll Super Naja gut Was ist hinüber Das ist hinüber Jetzt müssen wir hier runter Da wartet noch einer Auf uns Aber zwei Truhen auch wieder Ach Mist Schöne ist Der Dämon Titanin Ist hinüber Das bedeutet Der macht gar nichts Der bewacht die Kisten Das bedeutet Erst wenn man Angreifen Macht er was Das ist eigentlich Ganz coole Hammer Boah der Ja mit der Lanze bin ich da Nicht so ganz sicher Da kann ich noch nicht Parryen Hier können wir auch Den ersten Shortcut Öffnen Das werde ich auch Direkt machen Weil ich weiß nicht Ähm Ich hab so das Gefühl Jetzt sind wir hier Müsst ihr jetzt wo wir sind Super Jetzt können wir nämlich auch mal sterben Das ist kein Problem Okay Der hat die Schatztrohnen bewacht Das bedeutet hier gibt's Silberritter Geil Jetzt können wir auch als Silberritter rumlaufen Nicht schlecht Ähm Ja Ist jetzt die Frage Was machen wir Wir haben jetzt den Shortcut geöffnet Ich weiß jetzt wo ich lang muss Theoretisch Ähm Ist nur die Frage Will ich erstmal alles aufmachen Ich sag mal ja Ich will erstmal alles aufmachen Bevor ich hier großartig rummeier Und Wenn ich dann Einen sicheren Weg Zu den Bossen habe Dann werde ich Ähm Dingsbums benutzen Menschlichkeit Ich hoffe dass ich Solar beschwören kann Weil Ornstein und Smog Die sind echt Das sind zwei Gegner auf einmal Das ist nicht nett So hier runter können wir gehen Da geht's dann auch direkt weiter Aber ich will erstmal hier hoch Ist der Psy überhaupt noch da Du bist so still mein Lieber Was ist denn los Was ist denn los Du bist offline Oder Nein bist du nicht Okay Hier ist was Was ist hier Ah Du bist noch da Super Ähm Da ist der Schmied Oh ja geil Das ist ganz gut Ähm Da gehe ich jetzt raus Und mache den Shortcut auf Ja können wir Hier können wir was machen Das ist super Das ist wunderbar Aber erstmal die Viecher besiegen Weil die gehen mir nämlich auf den Sack Wunderbar So Fick Dich Du Limmel So wunderbar Schön Können wir noch ein paar Seelen mitnehmen Ähm Warum war das wichtig Dass ich das hier aufmache Ganz einfach Weil der Schmied Ist der Schmied Über Schlechthin Mehr wollte ich eigentlich nicht Kleiner Funfact Am Rande Du musst dich mit dem nicht anlegen Wenn du dem ins Gesicht schießt Fällt der nämlich runter Ah ne Nicht ins Gesicht Das war der Fehler Das war der Fehler Von dem Na komm her Das war der Fehler Von dem Wenn du dem in den Körper schießt Fällt der hinten runter Ja jetzt werde ich hier Ich will hier nicht sterben Könnt mich mal Den Penner Ja jetzt wo es Alleine bist du nichts So Endlich Naja Ist ja nicht schlimm Hier kommt man relativ schnell hin Ähm Mit dem spreche ich Aber Geht mal hier lang Hier ist noch ne Truhe Falkenring Wunderbar Ich hab keine Ahnung Was der Falkenring bringt Ähm Falkenring Erhöht Bogenreichweite Ist gut Entschuldigung Wer seid hier Eure Waffenschmieden Gerne Ähm Ja Banzinnbeschleuniger Finstermond Manus Hab ich nicht Ja Hellebade plus 5 Krute Hellebade Ferrisbogen Kulte Keule Göttliche Keule Ich kann aktuell nichts umwandeln Ähm Aber Kann ich hier irgendwas verstärken Äh Die ist natürlich ganz gut Das Hellebade Können wir natürlich auch upgraden Hm Ich bin mir aber nicht ganz sicher Was ich zuerst machen will Oh nein Ich hab kein Funkeltitanit Aber kein Problem Der Typ verkauft das nämlich So Schwarzritterschild Plus 5 Mehr gibt's nicht Das ist jetzt eines Äh Schild wird nicht stärker Wie man sieht Und von daher passt das schon Ähm Ich würde gerne Ferrisbogen weiter Große Scherbe brauche ich Auf jeden Fall kann ich hier bei dem auch mal was holen Plus 10 Seht ihr mal Ähm Ausrüstung Umwandeln Ferrisbogen Blitzferrisbogen Finstermondbogen Ähm Ferrisbogen plus 5 Grüß dich Zetion Äh Ferrisbogen plus Ja Mehr kann ich aktuell bei dem nicht machen Obwohl Blitzferrisbogen wäre schon geil Blitzferrisbogen macht richtig Schaden Wollen wir das mal probieren Wisst ihr was Ihr könnt euch mal entscheiden Ob wir mal den Ferrisbogen Ich hab hier auf dem normalen Run Hab ich ja den Ferrisbogen aktuell plus 14 Ähm Die Frage ist ob wir mal den Äh Den Ferrisbogen in Blitz umwandeln wollen Scheint richtig ordentlich Schaden zu machen Können wir mal probieren Bis dahin gehe ich nochmal 2-3 Minuten kurz auf Toilette Und bin wieder da Und ihr könnt euch entscheiden Ob wir mal eine Zauberwaffe machen wollen Hatte ich noch nicht hier Untertitelung im Auftrag des Zióamos ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, du Haufenstück. Scheiße, was... Ach, der heilt sich ja. Dieser Penner. Fick dich. Ich hab's gewusst. Oh, ich wollte den Shortcut noch öffnen. Ah, fuck my life. Fuck. Hätte nicht gedacht, dass er mich da noch trifft. Na gut. Ist jetzt nicht so tragisch. Weil ich hier einige... Das stimmt. Das stimmt. Wäre in Ordnung. Aber ich will unbedingt Anderlondo noch fertig machen. Fick dich, du Scheißvieh. Du Lappen. Ich will auf jeden Fall Anderlondo fertig machen. Das wird ein bisschen dauern jetzt. Weil ich mich hier gut abfacken. Ähm, aber so ist es dann einfach. Ach so, der andere. Och, du mit deiner scheiß Lanze. Weißt du was? Backstab, Bitch. Wunderbar. Tun wir mal was gucken. Na komm. Na komm. Das wäre schön, wenn du mich mal vorbeilässt. Dann kann ich ihn nämlich in den Rücken stechen. Och, nee. Anderlondo ist mit einer normalen Hellebade echt beschissen, Leute. Bin ich mittlerweile schon in dem AFK-Channel? Nein. Okay. Och, Mann. Oh, Mann. Ich will doch nur die Shortcut öffnen. Äh. Fuck. Na komm. Fick dich, du Bastard. Schluck meine dicke Rute. Ähm, ja. Ansonsten, äh, Kai ist da. Du bist da, Zadion. Das ist wunderbar. Das bedeutet, wir können ja eigentlich gleich wirklich Stardew Valley spielen. Och, Mann. Ich schätze. Ich schätze es immer so ein bisschen schlecht ein. Ich muss auf jeden Fall, ich habe vergessen, meine Rüstung ein bisschen abzugraden. Ähm, ich glaube, das muss ich vor dem Kampf auf jeden Fall noch machen. Sonst bin ich ganz schnell im Arsch. Ähm. Ich sollte auch woanders da speichern. Ich habe ja den Shortcut jetzt geöffnet. Das bedeutet eigentlich für mich so schnell wie möglich hier raus. Na komm, ich nehme mich noch mit. Doch. Och. Wenn er mich einmal hat, hat er mich. Und dann kann ich Perry ihn vergessen. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall trotzdem schon in den Channel kommen und mit mir quatschen. Wenn ihr wollt. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir liegt, Slacksie. Wegen Rechner und PC und so ein Kram. Ähm. Ansonsten hau einfach raus. Und Zadion, du natürlich genauso. Ich weiß nicht, ob dein Rechner schon fertig ist. Ich will hier auf jeden Fall noch Sachen mitnehmen. Das muss ich. Och. Das Problem ist hier einfach, dass ich, ähm, die hier so schlecht anvisieren kann. Deswegen habe ich hier ein Problem, die schnell, äh, die gut anzuvisieren. Und kann dann halt schlecht parryen. So, du bist hier nüber. Du bist noch ein Stück Scheiße, bist du. Und Drachentöterpfeil. Ich brauche den Drachentöterbogen. Dringend. Und mein erstes Flakon. Hm. Nächste Frage. Na, die kommt dann, wenn wir so weit sind. Na, komm. Ich weiß nicht, ob Silberritterschild stärker ist als Schwarzritter. Ich muss immer einen Schlag mit Meck stecken. Immer einen Schlag. Ansonsten geht das. Das Problem ist natürlich, ich habe so stark so stark versucht, die, ähm, zu, ähm, die Schwarzritter abzufahren. Und ich habe wirklich nur das Schwarzritterschild bekommen. Das ist so traurig. Das ist so ein Trauerspiel eigentlich, wenn man es mal genau nimmt. Weil hier die, die droppen einfach nichts. Ich habe kein Schwarzritterschwert. Ich habe keine Schwarzritterhellebade. Ich habe kein Drachentöter-Großschwert. Nichts. Ich habe hier gar nichts. Ähm, wenn ich mal so bedenke, was ich sonst so habe, dann ist das echt traurig. Weil der erste Run, den ich gemacht habe, das war richtig Lack. Ich meine, guck doch mal, wir haben, ähm, gut, natürlich, wenn du beim Endgegner bist, dann hast du natürlich nochmal die Chance, alles mitzunehmen. Aber das Problem ist halt, dass du, ähm, na, dass du dann halt schon in der letzten Stage bist. ist, da kommen nämlich die ganzen Schwarzritter nochmal und die können den ganzen Scheiß droppen. Aber dann brauchst du die in der theoretisch nicht mehr. Äh. Genau, hier muss ich durch. Hier war der Siegmeier, mit dem habe ich ja schon gesprochen. Ah ne, andere Seite war der Siegmeier. Wunderbar, dann ist der auch hinüber. Du mit deinem Scheiß Bogen schießt mich mal. Och! Na komm her. Backstep! Ursula! Na komm! Du, 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 drew. Ui! Fick dich. Wir haben viel besseres Schilde als du. Boom! Und in den Arsch! Jawoll! Wer ist deine Bitch? Wer ist deine Mama? Ich bin deine Mama, einfach ein Bitch. Schlepp! Einfach ne mutige ne Chil ninguna Schlappen. Ähm, yo. Was ist denn mit Kai? Du wärst bereit. Satya wäre auch bereit. Der selber hat sich jetzt leider nicht gemeldet. Das bedeutet, es kann durchaus sein, dass wir ein bisschen Probleme haben. Da unten bin ich gestorben. Nein. Ach, komm schon. Warum? Seit wann triffst du mich von da? Du bist noch ein Stück Scheiße, du bist so. Fick dich. Ich hab viel zu viel Flakors schon verbraten wieder. Das gefällt mir nicht. Ach, Mist. Wisst ihr was? Leck mich. Ich hab keinen Bock auf dich. Tschüss. Wunderbar. Du bist hinüber. Hier geht's weiter. Oder war das nur ein Shortcut? Müsste eigentlich kein Shortcut gewesen sein. Oh, doch. War ein Shortcut. Och. Ich Idiot. Ähm. Ich hab vergessen, den einen Shortcut zu setzen, weil dann wär das nämlich alles viel einfacher. Und zwar hier lang. Das wird jetzt wieder ein bisschen dauern, weil ich jetzt hier mit Giftpfeilen arbeite, aber ich hab keine Lust, irgendwie jetzt hier großartig rumzueiern. Nein, falsch. Ähm. Warte mal. Natürlich. Jetzt, wo ich im Bogenmodus bin, trifft er mich. Scheißdreck. Das ist doch kacke. Ach, Mann. Jetzt hat er mich natürlich im Visier. Ich wollte ihm eigentlich ein paar Giftpfeile reinömmeln, bevor der jetzt großartig mit seinem Bogen spammt. Dann muss ich das von hier machen. Lass mich raten. Wenn ich einen Bogen gezückt hab, betriffst du mich. Ähm. Ah, der Bogen geht nicht weiter. Das ist okay. So. Hauptsache, du bist tot. Die Pfeile kann ich mir ja nachholen. So, okay. Wo ist der andere Golem? Hier sind ein paar. Frage ist nur, von welcher Seite kriege ich die am besten? Klingt jetzt ein bisschen doof und ein bisschen feige, aber wie gesagt, das ist Dark Souls. Von daher verurteilt mich nicht. Das Spiel ist scheiße genug. Okay. Das stimmt. Hauptsache Erfolg. Das ist... Der Kerl... Der Typ weiß, wie man Dark Souls spielt. Der Psycho. Der weiß das. Der, 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 der. Kannst du ihm ins Gesicht schießen? Nein. Okay. Aber der ist vergiftet. Das kann er ruhig bleiben. Den anderen vergifte ich auch. Dann sollte der Käse auch ein bisschen gegessen sein. Warte mal. Meine gesamten Pfeile schon wieder verbraten. Aber wie man sieht, kann man hier ganz schnell Dingsbums machen. Dann kann man hier ganz schnell, ähm... Seelen machen. Ich meine, ich bin jetzt schon wieder bei 15.000. Ich weiß nicht, ob ich dem noch eine reindonnern will. Na komm, was weg ist, ist weg. So, der andere kriegt ein paar Giftpfeile ins Gesicht geschossen. Dann kann er machen, was er will. Solange er sich nicht selbst heilt. Oh, ich könnte mich eigentlich mit dem anlegen. Fängt sich gleich an zu heilen. Ja, das war mir klar. Scheiß Wunderheiler. So ein scheiß Kleriker bist du. Fick dich. Na, der hält ein bisschen mehr aus. Oh, die habe ich mehr als genug gefarmt. Bei denen muss man... Die sind eigentlich ganz cool, weil die auch Scherben droppen können. Das ist ganz nett. Fängt sich gleich an wieder zu heilen. Das ist ein Hauptstück scheiße bist du. Hab ich dir das gesagt? Ja, hab ich dir gesagt. So, die können Riesensachen droppen oder Dingsbums. Da vorne ist der Boss. Grauer Brocken, jawoll. Das will ich haben. Am Anfang habe ich nicht gecheckt, dass man diese Tür hier öffnen kann. Aber lasst euch nicht für dumm verkaufen. Ihr könnt die Tür öffnen. Und dann haben wir das Größte. Dann haben wir den ganzen Scheiß schon hinter uns. Dann müssen wir uns kaum noch Sorgen machen. Dann läuft das nämlich ganz gut. Hallo, ich würde gerne. Danke. Ich will jetzt nicht noch sterben. Oh, der Ferris Bogen macht gut Damage. Das gefällt mir. Jawoll. 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 Ist vielleicht nicht so schlau hier die ganzen Pfeile zu verballern. Soll ich vielleicht nur mit Giftpfeilen arbeiten. Ja, bis du mich erreichst, bist du tot. Das ist eigentlich ganz gut. Mehr muss ich mich auch nicht rumärgern. So, habe ich hier den Schor... Ja, hier habe ich das geöffnet. Das ist super. Jetzt kommen wir nämlich nochmal zum Schmied. Ähm, ich würde mich gerne meine Rüstung nochmal upgraden, bevor ich mich hier mit dem Typen anlege. Fick und dich, Penner. So, dann bist du noch am Arsch. Ich meine auch gleich fertig. Was bist du? Du bist nichts. Das ist schön. Ich komme mit der helle Bade so langsam klar. Ähm, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Wenn du den Penner in den Rücken schießt, dann fällt er nämlich um. Tschüss. Ha! Schluck das Penner. Habe ich vergessen, das ist... Hier musst du aufpassen. Wunderbar. Da ist auch noch einer. Oder? Ne, ist aber auf der anderen Seite. Ist egal. Oh, grauer Brocken. Ist okay. Ähm, die Frage ist... Rüstung, 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 Rüstung. Ich will nämlich nicht ohne was hier reingehen. Hallo, kräftig bin ich. Wunderbar. Rüstung verstärken. Große Scherbe. Da brauche ich einige. Ach, Mann. Ähm. Ja, weißt du Bescheid, ne? So, große Scherbe brauche ich noch. Und ich brauche noch eine Menge Seelen. Aber ich kaufe mir noch ein paar Pfeile. Ähm. Nicht nicht kaufen. Ähm. Standard, großer Pfeil. Federpfeil. Ich mag die Federpfeile. So. Jetzt wird es ernst, Leute. Lief eigentlich ganz gut. Ähm. Aber mit einem Estosflakon möchte ich nicht gegen Ornstein und Smog ran. Vor allem nicht alleine. Das bedeutet, ich zeige euch jetzt den Weg. Wir haben ja jetzt alles freigeschaltet. Das bedeutet, wir können jetzt hier ordentlich rumeiern. Ähm. Ich darf nur nicht vergessen, diesen Linksboomshelm, diesen Mimikhelm anzusetzen. Na, das passt. So, jetzt werde ich da hinten an dem Leuchtfeuer rasten. Weil dann muss ich nämlich nicht ganz so viel machen. Ich muss nur darauf achten, so wenig wie möglich, ähm, Dingsbums zu machen. Ja, dann besiegen wir auch Ornstein und Smog. Und dann sehen wir die Prinzessin. Und dann ist die Frage, was wir machen. Ich hab die ja beim letzten Mal leben lassen. Das war soweit ganz gut. Ähm. Ähm, die Frage ist halt nur... Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Nein, ich schaff's nicht. Och Mann. Ah, kacke. Öhöhöhö. Pff. Erstmal runtergespuckt. So. Ähm. Slagzi, wie sieht's dann aus? Wegen Call. Klappt's oder klappt's nicht? Bei dir. Ähm. Ich drehe mich im Kreise herum. Das macht meine Bade. Krumm... Jo. Hier kann man natürlich auch gut Zeug farmen. Ähm... Das ist die Sache. Das ist die Sache. Hier finde ich keine Feuerhüterin, ne? Gut. Ich habe keine Menschlichkeit. Das bedeutet... Bei mir geht nichts gerade. Schade. Schade. Nein! Ernsthaft? Ich habe keine... Ich habe doch... Ich wollte doch schon sagen. Ich wollte schon sagen. Ich habe keine Menschlichkeit mehr. Das geht gar nicht. Ich werde mich nicht alleine mit den beiden anlegen. Wunderbar. Das könnt ihr vergessen. Das werde ich nicht tun. So. Die meisten Gegner sind natürlich jetzt wieder da. Das macht aber nichts. Das kriegen wir hin. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ähm... Ich bin eigentlich mit meiner Rolle ganz gut. Die Bogenreichweite. Ähm... Verstärkt Angriff bei geringem TP. Verstärkt Feuerverteidigung. Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Verstärkt Verteidigung, wenn TP... Äh... Ring bricht. Erhöht Balance. Oh, es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich den Wolfsring trage. Das... Erhöht meine Balance. Äh... Balance ist... Je mehr Balance ich habe... Desto... Wahrscheinlicher ist es, dass die Gegner bei meiner Verteidigung zurückweichen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jo. Supi. Jetzt geht's. Ornstein und Smoke, Leute. Jetzt wird's ernst. Und ich hoffe, ich kann Solaris beschwören. Der hilft mir. Der ist zumindestens... Aber Ornstein und Smoke, das sind zwei Bosse auf einmal. Und das wird nicht schön. Oh, da oben ist noch was. Hab ich vergessen? Hab ich vergessen, es einzusammeln? Ich weiß nur nicht genau, was das ist. Nein, ich Idiot! Och. Ihr schreibt auch nix. Ich wollte mich menschlich machen und nicht nur die Menschlichkeit benutzen. Och, Mann. Ich muss natürlich die menschliche Form haben. Ich muss natürlich hier... Ich darf hier nicht so als nackte Wilde rumlaufen. Oh, schaut euch die Schenkel an. Hm, Bacon. Lecker. Hm. Da will man nochmal schlabbern. Ja? Nee, nee. Das muss jugendfrei bleiben. Ja, wir gucken die nicht an. Nee, nee. Nee, wir müssen auf jeden Fall hübsch werden. Oh, guckt euch diese ranzigen Falten an. Hm. Na, du alte Ranzfalte. Alles super. Ja, ein bisschen schwitzig unter der Falte, aber das passt schon. Kann man die ein oder andere Ravioli im eigenen Achseldut garen. Hm, lecker. Ja, ansonsten hoffe ich, dass der Ju und die Hino, die mal wieder reingeschaut haben, vielen lieben Dank erstmal, dass es euch einigermaßen gut geht. Ähm, und von daher hoffe ich, dass ihr trotzdem dabei seid. So, jetzt werden wir erstmal was fürs Auge. Jawohl. Hm, sexy, hexy, Baby. Ja, ist schon 20 Uhr. Ich weiß nicht, wo bei dir der nächste Elektrofachmarkt ist. Aber wenn ich du wäre und der PC nicht gehen würde wegen, ähm, wegen einem... Ist das wirklich nur der... Äh, ist das wirklich nur der, ähm, Dingsbums? Ist das wirklich nur der Mehrfachstecker? Na, guckt sie dir an. Das ist die wilde Hilde. Ah, das ist nur Waifu. Ja, wer ist das? Alter, die hat Füße und es hört sich so an. Also wer mit blanken Füßen solche, äh, solche, ähm, Geräusche auf Stein und auf Marmor macht, der hat eindeutig ein Problem. Zieh mir der mal was an, das geht auch so nicht. Wunderbar. 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 Jetzt Ornstein-Smoke. Jetzt gibt's erstmal voll, voll Kararu auf die Fresse. So, ich könnte ihn natürlich abfarmen. Bei dem Argen Gargoyle ist es ja relativ easy. Aber wenn du dem einfach nur... ...in den Rücken schießt, fällt er ja runter. Wie komm ich da hoch? Ach, das wollte ich nicht. Nooooch! Sollte es mich eigentlich nicht treffen. Deswegen mag ich die helle Bade nicht. Ich hab so das Gefühl, mit der treffe ich nicht so wirklich. Ja, ich hab mein Schild hochgehalten. Danke. Na, das passt schon. Der Typ da kommt dann nicht durch. So. Er kann da ruhig machen, was er will. Kann ich den irgendwie von hier schon vergiften? Ich find's schade, dass man das Gift nicht verstärken kann. Einfach nur spielen. Das passt schon. So. Was mit dem Pfeilen? Ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Der heilt sich gleich wieder, dieser Penner. Ich weiß nur nicht, wie oft er das macht. Okay. Hinterfrage ich das mal nicht. Oh ja, das ist eigentlich ganz gut, wenn die große Scherben droppen. Habt ihr gesehen, wie teuer die sind? Das bedeutet, dass was die droppen... Oh ja, schön in den Schritt. Perfekt. Okay, mal was gucken. Naja, so viel Damage macht das jetzt nicht. Wenn ich den Drachentöter hier irgendwie mit Gift noch ein bisschen triggern. Fick dich. Ja, du bist vergiftet. Das ist super. Da kannst du vergiftet bleiben. Grauer Brocken. Okay. Na, Schlangenring macht dich bezahlt. Ja, du mach du nur. Trifft er mich? Bist du out of Pfeile? Oh, das tut mir aber leid. Fick dich. Na? Was ist los? Guck, guck. Boot, boot, boot. Boot, boot. Boot, boot, boot. Boot, boot, boot. Idiot. Bist ein toller Bogenschütze. Ja, das bist du. So, der hat auch schon ordentlich verloren. Ich will mich mit dem jetzt nicht im Nahkampf anlegen. Na komm, Giftfall kriegt er nochmal ins Gesicht. Zwei Stück, warum nicht? Von mir aus. Wenn ich das hier fertig hab und mich teleportieren kann, ähm, dann hab ich hier eh ein bisschen die Freiheit. Na, das ist schon wieder gut. Äh, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ne, weißt du was? Bevor ich jetzt Solarbeschwör, möchte ich gerne, ähm, hier noch ein bisschen weitermachen. Das bedeutet, ich würde gerne nochmal beim Schmied mir noch ein paar Pfeile kaufen. Nur für den Fall, nur für den Fall, dass ich sterbe oder so. Riesenelle Bade, oh geil. Aber die verbraucht zu viel. Das bedeutet, es wird eklig. Stirb, du Penner. So, die können da stehen bleiben. Ich marsch noch fertig. Wunderbar. Äh, warte mal. Waffen verstärken. Ähm. Ferrisbogen plus vier. Wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. Kristallhelle Bade. Grauer Brocken. Grauer Brocken. Ah, die kriegst du die Kruthelle Bade. Die braucht große Scherben. Warum eigentlich nicht? Wollen wir verstärken? Na, was haben wir? So, plus drei. Das ist eigentlich ganz gut. Äh, Ferrisbogen. Plus vier. Blitz, Ferrisbogen. Graue Scholle. Warum nicht? Perfekt. Ähm. Ausrüstung umwandeln. Ferrisbogen plus zehn. Nee. Kruthelle Bade. Plus fünf. Nein. Gut. Ähm. Mal verstärken. Die Frage ist, warum kann ich Ferrisbogen? Nur auf fünf. Ah, ich weiß. Es geht bei dem nur. Ähm. Was brauche ich denn für meine Kristallhelle Bade? Äh, meine Kruthelle Bade. Große Scherben. Die kosten zu viel. Ähm. Dann hole ich mir noch ein paar Pfeile. Dann habe ich nämlich ganz... Dann habe ich meine Seelen so gut wie es geht ausgeballert. Ah. Großer Pfeil. Federpfeil. Wunderbar. Tschüss. So. Ähm. Bisschen Energie. Ich weiß nicht. Nee. Komm. Wir machen jetzt uns einen Smog. Na. Ich hoffe, ihr seid noch, ähm, voll bei mir. Na, das ist ärgerlich. Hast du keinen? Ähm. Hast du nicht noch irgendwo einen Mehrfachstecker, den du irgendwie... Oder wo du das alles so ein bisschen ummelden kannst, Lachsi? Ich meine, wenn es wirklich nur der Mehrfachstecker ist, dann, ähm, das ist auch kein Problem. In der Regel. Jawohl, Ritter Solar. Auf jeden Fall, weil die beiden sind echt asozial. Ah, such's grad. Wunderbar. Äh, Satya, du bist noch dabei? You? Du auch? Oder Joe? Und Hinolein auch? Wunderbar. Hoffentlich. Schreibt was. Ähm, Psi, du bist auch dabei. Das müsste dann soweit sein. Jetzt geht's OnStar und Smoke. Jetzt gibt's erstmal Ciao, Che. Auf die Schnauze. Äh. Oh, Solar, du hast jetzt schon Energie verloren. Ach, mit Solar an der Seite. Äh, was soll da los? Was ist los? Hä? Schwarz, Ritter, Schild plus 5. Das passt schon. Hallo, Dickmanns. Hallo, Dickmanns. Ich bin jetzt erstmal auf die Fresse. Du musst aufpassen, der eine verschießt Blitze, der andere nicht. Fuck. Yo. Alter. Alter, Solar geht ab. So, ich stemme dich erstmal hier hin. Fick dich, Ornstein. Fick dich. Es gibt ein Special, äh, es gibt nur einen kleinen Trick, wenn du den Dicken zuerst besiegst. Aber das ist mir egal. Hauptsache, ich besiege die. So, was haben wir? Entschuldigung, das war vielleicht nicht dumm. Das war vielleicht dumm. So, der ist tot. Der Dicke wird jetzt sauer. Und. Jetzt geht er aber rund hier. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Du musst da aufpassen. Alter, Solar, du bist der Beste. Der Dicke ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, wenn der jetzt nicht gestackert wäre. Fuck. Jawoll. Mach das. Hau rauf. Warte mal, ich helfe dir mit dem Bogen. Oh, 112. Oh, 112. Das ist nicht schlecht. Oh, 112. Das ist nicht schlecht. Fick dich. Jawohl. Jawohl. First try. Nein. Oh, kacke. Ich hab's vergessen. Ich wollte noch den anderen Helm ansetzen. Und hab's voll verkackt. Ah, sonst hätt ich nämlich mehr Seelen bekommen. Ist okay. Wir haben gesiegt. Juhu. Wunderbar. Super. Ähm. Gibt einen kleinen, was heißt Trick? Es gibt jetzt die eine Sache. Ja, mit Solar ist es eigentlich relativ, ist machbar. Bonfeuer entzünden. Aber ich muss da nicht. Ja, komm, ist egal. Ich will erst mal ein bisschen aufsteigen. Ähm. 30 Stärke sollte ausreichen. Ist okay. Und dann machen wir mal ein bisschen Geschick. Ich brauch auf jeden Fall ne. Jetzt mach ich auf. Aha, wen haben wir hier? Interessant. Machen wir Mädels Abend. Finde ich gut. Wir reden über Jungs und Make-up und... Ich würde ja gerne sagen, wer die dickeren Brüste hat. Aber ich glaube, da hast du zwei Schlagkrügen, äh, schlaggebende Argumente, Mädchen. Ähm. Ich bin Tochter vom Gwyn. Alles klar. Vom Endboss. Wir haben jetzt das Herrschergefäß. Jetzt kann ich von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer teleportieren. Ähm. Ist aber auch nur eine Illusion von der Gottheit, sozusagen. Ähm. Dann sagen wir mal so, ja, pipapo, blieb und hast nicht gesehen. Das ist, äh, sexy, die Braut. Guck sie dir an. Kannst du mal die Augen aufmachen? Bisschen nur am Schlafen. Ähm. Majestät, ich würde ihn gerne ins Gesicht gucken, aber... Nope. Nope. Ne, du kannst ihn natürlich abschießen. Dann geht's hier richtig rund. Dann sieht man auch, dass das alles eigentlich eine Illusion ist. Ähm. Können wir auch beim nächsten Mal vielleicht machen. Allerdings würde ich gerne das nochmal anders da machen. Und das bedeutet, ich würde das gerne nochmal ein bisschen so lassen. Weil hier kann sie nämlich gut Zeug farmen. Vor allem werden hier die Leuchtfeuer dann später, ähm... Ah, kacke. Aber dafür kriegen wir einen, äh, coolen... Haa... Dafür kriegen wir eigentlich einen ganz coolen, ähm... Dingsbums. Einen ganz coolen, ähm... Shortcut. Wir können jetzt mit dem Herrschergefäß... Können wir jetzt, äh... hin und her teleporten zwischen den Leuchtfeuern. Das bedeutet... Das läuft eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt nochmal zu der weiblichen Händlerin gehen und mir nochmal ganz viele, ähm... Giftpfeile holen. Das kommt so wieder... Du bist ein Hauptstück. Scheiße. Fick dich. Alter, die krutelle Bade machen. Ich glaube, ich fange langsam an, die zu mögen. Fick dich. So, und du da oben deinen scheiß Brandbomben... Kannst mich mal. Schluck das, Penner. Und du auch. Und du erst recht. Super. Jetzt brauche ich aber den Ring nicht mehr. Nämlich den Schlangenring. Was da ist, ist da. Ähm... Ich werde auf jeden Fall nochmal... Es gibt übrigens eine kleine, coole Cutscene. Wenn du... Links, Bums. Ähm... Wenn du die DLC-Welt machst, bevor du Sif dem Wolf gekillt hast, dann erinnert sich Sif an dich und leckt dir das Gesicht so ein bisschen, aber muss trotzdem gegen ihn kämpfen. Was übrigens den Bosskampf gegen den Wolf ein bisschen trauriger macht. Ähm... Liegt einfach da dran, dass du in dem DLC durch die Zeit reist, sozusagen. Und wenn du in der Zeit reist, dann kannst du Sif als Welpen befreien. Und gegen ihn mag nur so ein bisschen ankämpfen. Aber wir werden den Trick mit den Giftpfeilen machen. Weil Finsternis Magie ist echt übel, aber da kannst du auch gute Menschlichkeit haben. Oh, hallo. Er hat mich ja ganz schön im Stich gelassen. Ich habe Moos gepflückt. Hihihihi. Alles klar. Ich will aber nur deine Giftpfeile braut. Ich habe nicht so viele. Wenn ihr wollt. Ähm... Menschlichkeit, Doppelmenschlichkeit, Henker Smog. Die behalte ich mal. Vielleicht mache ich mir ein paar coole Waffen. So. Jetzt erstmal meine Seelen benutzen. Oh, 20.000. Jawohl, das wird schön. Habe ich nicht mehr. Das ist traurig. Das ist eine traurige Ausbeute. So, Gegenstand kaufen. Giftpfeile 200. Nimm ich. Sehr gerne. Ich mag euch. Hihihihi. Gut. Äh, ich werde jetzt nochmal zur Schlange gehen. Ich hoffe, die ist nicht eingeschlafen. Aber muss ich dir nämlich erstmal eine Wachstelle geben. Ähm, wir hätten nochmal ein paar Gegenstände verkaufen. Es war einfach. Mit Ritter Solare habe ich so das Gefühl, dass es schwerer war. Aber, wir könnten natürlich auch mal probieren. Wenn ich nicht so schlecht Equipment gewesen wäre. Dann hätte ich sogar versucht, den alleine zu machen. Die beiden. Aber das wird dann richtig hart. Aber mit der Kuh-Telebarde bin ich eigentlich mittlerweile ganz zufrieden. So. Oh, hallo. Meister Stunk verpflichtet. Wunderbar. Du sprichst mit mir. Oh, ja. Hier. Ihr seid fähig. Grundlagen. Pipapo. Wunderbar. Was? Hallo. Okay. Stimmt. Ich muss erst mit dem Zauberer sprechen. Ähm. Das kann ich nur machen, wenn ich menschlich bin. Oh, hallo. Einenfalls sehr zu sehen. Eure Meinung. Wiedergabe. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Ich werde euch helfen. Nimmt dies. Pyromantie-Flamme. Wunderbar. Im Gegenstand kaufen. Feuerkugel. Verbrennung. Eisenfleisch. Ah. Ich habe nur ein Slot. Das bedeutet, ich kann hier keine Zauber benutzen. Das ist schade. Ausrüstung umwandeln. Pyromantie-Flamme plus eins. Kostet nur sehen. Ist vielleicht gar nicht mehr schlecht. Auf Wiedersehen. Pass auf euch auf. Dankeschön. So. Kann ich jetzt eigentlich mit den beiden hier sprechen? Die müssten wir doch jetzt. Oh, hallo. Hülle. Pipapo. Ich werde keine Hülle. Äh. Wohlbehalten. Wiederblicken. Ja. Interessiert mich nicht. Ach, wen haben wir denn hier? Siegmeier. Quest von dem. Mollen wir mit der weitermachen? Na, schön, euch hier zu begegnen. Ihr habt mir oben sehr geholfen. Ich bin sehr dankbar. Wisst ihr, was dachte? Die Tore der alten Festung. War das euer Werk? Äh, ja. Ja, ich wusste es. Ich habe kein merkwürdiger Zufall. Na, ich habe ein Glück. Dieser Ritter von Katharina. Dankt euch aufrichtig. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, wunderbar. Oh, geil. So, da seid ihr. Ich werde bald hinuntergehen. Hier oben gibt es nichts Erstrebenswertes. Keine Sorge. Abenteuer ist in meinem Leben. Ich bin auf Schlimmste vorbereitet. Ha, 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 ha. Das bedeutet, bevor wir dann später in die Dämonenwelt gehen, müssen wir den Siegmeier runter in den Sumpf. Dann steht er wieder vor dem Gift, äh, Dingsbums. Dann müssen wir dem was geben. Ja, der Typ ist weg. Der ist so hollow geworden. Der ist unten in Anor Londo. Ja, die lebt, weil wir den, ähm, Lortress hier die Dingsbums runtergetreten haben. Wir haben ihm gezeigt, was ein Bitchlab ist. Ja, einfach, bam. Einfach ein Bitchlab. Einfach ein Bitchlab. Da dachte er, er könnte uns zu seiner Bitch machen. Haha, wir haben ihn zu unserer Bitch gemacht. So, ja, ihr habt es vollbracht. Ihr habt das Herrschergefäß. Nach tausend Jahren möglich. Wark, wark, wark. Leck mich am Arsch. Ähm, ich sollte mich wirklich beruhigen. Lass uns das Gefäße auf eine Reise schicken. Haltet inne. Kannst, ähm, Funfact. Du kannst auch einfach runterspringen. Dann wirst du nicht sterben. Und, ja. Ähm, kannst auch später einem Drachen huldigen. Ein Alt mit einem Drachen eingehen. Das gefällt ihm gar nicht. So, wir müssen das Herrschergefäß hier hinstellen. Ähm, das Interessante ist, wenn du dich hier unten, ja, ja, wenn du, äh, wenn du das Herrschergefäß hier abstellst, dann kannst du dein Flakon viel besser, äh, füllen. Für jede Fürstenseele, die du sammelst, kannst, äh, kriegst du dann ordentlich, äh, Flakons. Das bedeutet, wenn wir alle vier, äh, vier massiven Fürstenseelen haben, dann kriegen wir, können wir hier bis zu 20 Flakonfüllungen bekommen. So, ich habe euch ja eben in Anderlondo diesen goldenen Nebel gezeigt. Der macht jetzt die vier Gebiete auf und da sind die Endspieler, äh, das sind die Endgame-Gebiete. Ähm, wo das ist, sehen wir. Werden wir noch sehen. Das war in Anderlondo. Das war unten in der Dämonenwelt. Da müssen wir auch noch hin. So, am Herrschergefäß rasten. Zehn Estos, habe ich. Keine Fürstenseelen, Rüstung, verstehe. Ja, hier kann man, hier kann man nicht entfachen. Aber es läuft. So. Lustiges. Wenn wir in den Abgrund gehen, bei den Four Kings, können wir auch eine andere Schlange treffen. Wenn wir den Drachen schwul heißen. Und dann bringt uns eine Drache von unten auch nach oben da hin. Aber das ist ja ganz lustig. Beim letzten Mal waren die hier so ein... Manchmal schläft ihr auch. Das ist ganz, äh, das ist ganz cool. Ähm, dann musstet ihr dem einfach... Einfach eine verpassen. Er nimmt euch das nicht übel. Äh, Dinge. Ja, Gegenstand verkaufen. Äh, das behalte ich alles mal. Äh, das auch. Man weiß ja nie, was man brauchen kann. Ähm, Schlangenschwert habe ich zwei. Leute, das kann weg. Das Großschwert... Ich behalte die Schwerter mal, für den Fall, dass ich keine Lust auf die, ähm... Ah, die Streitachs kann weg. Also ich keine Lust, äh, keine Lust habe, auf die helle Barde zu greifen. Eine Drachenzahl. Oh, 5000. Aber hier, Leute, komm. Ich werde das nicht verkaufen. Äh, Schwarzeisengemaschen. Sieglermütze. Östlicher Helm. Ah, Hüllenkrieger. Scheiß, kann ich verkaufen. Ah, Silberritterzeug. Das behalte ich mal. Ein Gargoylenhelm. Helmelsrüstung, yeah. Oh, Symbol der Gier. Ah, ich hab's voll verkackt. Bei den Ringen. Ich weiß nicht, ob ich die Ringe wirklich verkaufen soll. Die bringen gar nichts. Das bringt nichts. Ähm. Jo, Siegmeyer ist jetzt... Man müsste jetzt runter in den Sumpf. Dann in die große Leere. Glaube ich. Und... Vorher aber noch seine Tochter befreien. Er hat noch eine Tochter. Da oben ist auch so ein Typ. Da könnten wir eigentlich auch mal ein paar Sachen holen. Aber... Sation, wie läuft's? Hast du Bock? Komm in die Lobby. Und wenn ihr in die Lobby kommt, wechseln wir das Spiel. So lange werde ich hier weiterspielen. Ähm... Ich will auf jeden Fall eigentlich noch mal ein bisschen... Ähm... Meine Sachen alle so ein bisschen verstärken. Oh, Drachenzahn war natürlich ganz cool. Crude Hellebader. Ja. Wir hätten mal eine Hellebader noch ein bisschen. Warte mal, warte. Nein, nein, nein. Da gibt's noch eine Sache. Ähm... Da muss ich in die Gemeinde der Untoten... Da muss ich nochmal zum Schmied. Wir haben nämlich eine Glut bekommen. Und da können wir dann nämlich... Ähm... Unsere Sachen upgraden. Der kann nämlich uns, glaube ich, ein paar Sachen auf... Höher machen. Ich will nämlich gucken, ob ich den Ferris-Bogen höher kriege. Der gefällt mir nämlich ganz gut. Möchtet ihr was geschmiedet haben? Waffe verstärken. Ähm... Wo haben wir es denn? Ausrüstung umwandeln. Ähm... Blitz-Ferris-Bogen... Nein, krass. Wattenschild plus 6. Sense plus 6. Ähm... Warum kann der meine... meinen Ferris-Bogen nicht upgraden? Geht das überhaupt auf plus 6? Zauber-Ferris-Bogen. Ähm... Ansonsten will ich mal was anderes gucken. Wenn ich mal so bedenke, dass ich am Anfang ein richtiger Noob gewesen wäre... dass ich bin und Hino und, ähm... der Joe... haben ja mein... erst... meine ersten Male in Dark Souls auf YouTube mit verfolgt. Es war ganz lustig. Aber wenn man jetzt denkt hier... On Stein Smoke, First Try mit Solar. Ah, da sieht man die Entwicklung. Das mag ich an Dark Souls. Eins zumindest. Sagt oder zwei? Ich weiß, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Gar nicht. Auch, dass die Menschlichkeit da so wenig ist. Und dass du da permanent Leben verlierst, wenn du verreckst. Und kannst du mal mit Menschlichkeit wiederherstellen. Aber es ist so schwierig, da Menschlichkeit zu bekommen. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ähm... Ansonsten... Ja, Dark Souls 3... habe ich noch installiert. Habe ich ja mit dem Mew letzten... Ähm, nicht mit dem Mew, Entschuldigung. Mit dem Dingsbums letztens angefangen. Mit dem... Aber... Ich weiß nicht. Ist auch nicht so meins. So, ja wie gesagt, Zatjon. Wenn du sagst, jo, ich bin ready. Der Kai ist auch ready. Dann Feuer frei. Ne? Ihr müsst jetzt nicht auf mich warten. Ich warte auf euch. Ähm, der Typ, der oben stand und uns geholfen hat, ist jetzt hier unten. Das ist so eine Hollow geworden. Der greift uns jetzt gleich an. Hm. Das bedeutet, der hat alles gemacht, was er will. Und ist dann zu... Ja, komm schon. Was bist du denn für einer? Oh, du Ratte! Du hast geparried! Oh, du Bitch! Du kleines Haufenstück Scheiße! Das kann ich auch! Na, ich mach ein bisschen mehr Damage als du! Alter, du Lappen! Ja. Also... Für einen Tausender ist es ein bisschen langweilig. Verpiss dich. Freu nicht rum. Panzerbrecher, wunderbar. Ein schönes Schwert. Ähm, was wollte ich eigentlich hier? Ach so, ich wollte zum Schmied. Hier gibt's nämlich noch einen Zauberschmied. Das ist auch ein ganz guter Schmied. Tschüss. Ah, das wird auch ein schönes Gebiet hier. Hey, Moment! Ist das eine magische Glut? So einen hab ich ja noch nie gesehen. Nicht mal damals in Winnheim. Welch brillante Flamme. Bitte, mein Freund. Gebt sie mir. Ich flehe euch an. Ich bin Weinheimer Handwerker. Ja, ja, komm. Nimm sie. Ihr seid wirklich Herr Richard. Meisterwerkpieper. Habe ich jetzt meine blaue Glut verloren? Haha, scheiße! Ich... Fuck! Habe ich das Spiel gebrokt? Ich habe noch nicht gegen Sif gekämpft und du brauchst die blaue Glut. Was hat das Spiel gebrokt? Fuck! Fuck! Aber du kannst mir doch bestimmt irgendwas verbessern. Komm schon! Ferrisbogen! Ferrisbogen! Wieso nicht? Ah, da brauche ich noch eine bessere Glut. Okay. Ah, fuck! Habe ich dem jetzt die Glut gegeben und dadurch... ist verschissen, gegen den Wolf zu kämpfen. Oh, man. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das wäre komisch, wenn Dark Souls wirklich sowas machen würde. Ah. Drei Slots, vier Slots, sechs Slots. Dafür brauche ich aber Intelligenz.